Unser Wirtschaftsminister Habeck sagt, ehrliche Politik ist keine Panikmache. Also Herr Habeck, ich habe ja viel von Ihnen die letzten Tage, Wochen, Monate gehört und die meisten Wörter waren Notstand, Zerreißprobe, Albtraum-Szenarien und auch ganz viele Zumutungen. So wie ich das sehe, erhalten Sie ein Spitzengehalt, wohlgemerkt von uns Steuerzahlern, um Probleme zu beheben. Sie dagegen, Sie verkünden nicht nur diese Probleme, Sie verursachen diese Probleme. Jegliche Kritik, die den Plan oder die Ideologie von der Ampelkoalition infrage stellt oder kritisiert, wird im Keimer steckt. Siehe auch die Opposition AfD, die den Bundeskanzler Scholz mit kritischen Fragen durchlöchert hat und was hat der Bundeskanzler Scholz gesagt? Das ist nicht nur eine rechtspopulistische Partei, nein, sie ist auch die Partei Russlands. Man hört mittlerweile Sätze aus der Bevölkerung und Vorsicht über Treibung, die auf ihre Mist gewachsen sind, weil sie sich von ihnen haben triggern lassen, wie Wenn ich weniger esse, dann schade ich Putin. Wenn ich friere, dann schade ich Putin. Es gibt sogar Leute, die sagen, wenn ich weniger atme, dann schade ich Putin. Ich meine, was ist los? Nicht einen handfesten Beweis gibt es, dass diese Sanktionen gegen Russland, Russland wirklich schaden. Aber es gibt sehr viele Beweise, dass sie eben uns selbst schaden. Das beste Beispiel, mittlerweile wird warmes Wasser rationiert in Deutschland. Es wird von Nebenkostenabrechnungen gesprochen, die sich die meisten Menschen nicht mehr leisten können in Deutschland und als Lösung werden uns dann Wärmehallen präsentiert. 2021 hieß es noch im Winter, wir müssen alles dafür tun, um uns nicht gegenseitig anzustecken und jetzt werden wir in Wärmehallen verfrachtet, quasi Kruppen kuscheln. Das kann doch keiner mehr ernst nehmen, Leute, oder? Um das Ganze mal richtig einzuordnen, Herr Habeck, Sie haben Sanktionen mit der Ampelkoalition beschlossen, die bis ins kleinste Detail über Monate hinweg geplant waren. Aber, Marie Talk, diese Sanktionen, wen haben die wirklich getroffen? In erster Linie die Bürger von Deutschland, für die sie dienen, die sie bezahlen. Und das ist Fakt. Zumutungen wie, wir müssen frieren für den Frieden oder wir müssen solidarisch den Gürtel enger schnallen, bedeuten doch nur, dass wir den Wirtschaftsstandort Deutschland zerstören. Und mit wir meine ich Sie. Und da Sie sich in Interviews ja immer als ein Mann der wahren Worte aufspielen, sollten Sie mal ehrlich zu uns und vor allem zu sich selbst sein. Sie haben keine Lösungen und meine persönliche Meinung ist, Sie machen das wissentlich und es ist an der Zeit zurückzutreten. Meine persönliche Meinung dazu. Meine persönliche Meinung dazu. Meine persönliche Meinung dazu. Meine persönliche Meinung dazu. Meine persönliche Meinung dazu.